So, und die nächsten Künstler, meine Damen und Herren, die sind ja Skorpion und Löwe als Sternzeichen. Also zwei sehr angriffslustige Lebensgefährten, glaube ich eigentlich, aber schon seit über 15 Jahren klappt das hervorragend. Und noch länger stehen sie zusammen auf der Bühne und wir freuen uns jetzt sehr, dass sie nochmal für uns singen. Wenn das Liebe ist, hier ist Glasperlenspiel. Wenn das Liebe ist, bin unter Tränen eingeschlafen, bin unter Tränen wieder aufgewacht. Hab über die Säme beschissene Frage, hab ich jungen mal nachgedacht. Hab mich verdreht und mich gewandet, in nem selben Scheißproblem. Wenn das Liebe ist, warum bringt es mich an den Schlag? Wenn das Liebe ist, warum bringt es mich an den Schlag? Wenn das Liebe ist, sag mir, dass es mit mir macht. Ich bin unter Tränen wieder aufgewacht. Ich bin unter Tränen wieder aufgewacht. Keine Angst vor dem Abend, wie gerade vor der Nacht Ich stelle mir immer dieselbe Frage, warum bist du nicht da? Wenn das Liebe ist, warum bringt es mich an den Schlaf? Wenn das Liebe ist, warum bringt es mich an den Schlaf? Wenn das Liebe ist, sagt mir was es mit mir macht Wenn das Liebe ist Wenn das Liebe ist Wenn das Liebe ist Dankeschön, frohes neues Jahr! Vielen, vielen Dank! Vielen, vielen Dank! Das Kernspiel, in zwei Wochen erscheint Ihr neues Album, Sonne! Vielen, vielen Dank, dass Ihr mit uns das neue Jahr gefeiert habt Und in zwei Wochen Sonne Danke, danke! Vielen Dank, Lars Fransch, meine Damen und Herren! Vielen Dank!